Hallo Wild! Ja, da sind wir wieder! Hier auf unserem Raumschiff! Ja, und wir fliegen glaube ich nochmal nach unten auf den Horrorplaneten. Haben wir fünf... Ja, wir haben alle Geschütze mitgenommen und hier drin... Oh, Munition sollten wir mal mitnehmen. Für das hier. Neue Materialien haben sich gegründet. Ja gut, wir bekommen Kupfer rein. Wir wollen aber die drei Teile Kupfer hier noch. Das ist ein bisschen gewagt. Müssen wir eigentlich gar nicht mehr haben. Wir können... Moment, wir gucken einmal rein, gucken einmal raus. So, wir können nämlich... Ja, wir haben dreimal Kupfer. Einmal kommt es noch rein. Ja, wir brauchen doch... Ne, wir müssen nochmal runter. Wir brauchen noch einen Teil Kupfer. Dafür müssen wir runter und nein. Ja, dann können wir unsere Kantine bauen. Wie sieht's aus mit der Biomasse? Biomasse? 160, da passt... 160 meine ich. Da passt also noch ein bisschen was rein. Ja, schnallt euch an. Geht nochmal runter. 9, 9, 9, 9, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Für die Wissenschaft. 9, 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 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich sehe keinen Kupfer. Ach, hier ist Kupfer. 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 Wo denn? Wo denn? Nichts schönes für uns. Kupfer. Kupfer Nummer 2. Kupfer. 2, 2, 2, 3, 2, 1, 0. 2, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 1, 0. Boah, das ist Glück. Wir haben so ein Glück haben wir. Kupfer, ihr macht das richtig gut, macht ihr das. So mag ich das. Wie viel haben wir hier noch? Einen Platz haben wir noch frei. War aber schon dreimal Kupfer jetzt. Ich helfe mit. Wir sind voll, oder? Oh, eine noch. Eine, eine Klonkruppe. Jawohl. Wo sind unsere... Da. Die können wir eigentlich auch stehen lassen. Eins ist kaputt gegangen. Eins ist kaputt gegangen. Nichts wie weg. 10, 9, Feuze aktivieren. 4, 3, 2, 1, Er�. Oh. Schwitzige Hände, Hertha. Der Käpt'n lebt. Ihr habt den Käpt'n zurückgebracht. Unversehrt sogar. Ja, ich sag doch, Glück muss man haben. Haben wir den Glückshut auf? Wow, da müssen wir nicht nochmal runter oder habt ihr Kupfer da gelassen? Och, echt? Ehrlich? Ihr habt zwei Kupfererze da gelassen. Noch einmal runter und wir bringen alles mit. Hab ich gar nicht gesehen, ich bin doch da überall rumgerannt. Oh nein. Das wird unser Ende sein. Wie sieht's denn hier aus mit dem Kupfer? Vier Kupfer, einmal Erz. Ah, das reicht für die Kantine. Aber wenn wir dann noch irgendwas bauen wollen... Ja, für was? Ein Kupfererz ist noch da? Zwei. Was meint ihr? Gehen wir nochmal runter, oder? Ein Geschützturm haben sie uns kaputt gemacht. Gehen wir mal runter, oder? Ein Geschützturm haben sie uns kaputt gemacht. Oh, das war's eigentlich mehr nicht. Kupferfrei... 10, 9, Launchsequenz aktiviert. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Neue Materialien haben sie gefunden. Launchsequenz aktiviert. Wir sind gerade warm jetzt. Also ich nicht. Aber die Crew. Die beiden. Ich weiß nicht, wo Kupfer steht. Wenn ich das wüsste... Weapons aktiviert. 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 Ach gut. Rio Material. Dankeschön. Noch mehr Holoproben. Aha. Wir bekommen immer mehr davon. Wo seid ihr denn? Ach da. Ich guck nach Kupfer. Hier. Ich will immer rennen. Wir rennen ja schon. Fertig? Ich glaube schon. Weapons aktiviert. Weapons aktiviert. Weapons aktiviert. Oh, da ist ja noch einer. Alles voll? Was ist voll? Ah. Das Schiff ist voll. Oh, okay. Mitnehmen, mitnehmen. Weapons deaktiviert. Ab durch die Mitte. Da kommen noch welche. Ich meine, Platz. Na. Was war los mit euch? Wurdet ihr noch getroffen am Ende? Wir sind bester Laune und wir sind bestens aufgeladen. Super. Da wart ihr aber schnell diesmal. Habt ihr geguckt, ob einer da ist? Ist keiner? Okay. Haben wir denn jetzt alles? Hahaha. Komplett ausgenommen. So wie es sich gehört für einen Menschen. Okay, und ihr macht schön brav weiter hier mit dem Kupfer rum. Ja, Kupfer kommt an. Wow. Da bin ich begeistert, bin ich. Bauen wir erst die Kantine, bevor wir irgendwie das Kupfer noch für was anderes vergeuden? Hier wollen wir gar nicht rein. Das sind nur Lager. Ah, ich glaube ja. Wir bauen erst mal die Kantine. Jetzt wissen die aber Bescheid über uns. Da unten ist nämlich auch schon wieder irgendein Stein in der Ecke. Das gefällt mir gar nicht so. Kantine bauen. Das wird gut, Crew. Galerie. Ach, wir können was Neues bauen. Galerie. Klone, die Kunst zu schätzen wissen, erscheinen menschlicher. Das Modul gehört erhöht die Gesundheitsregeneration der Crew. Das ist aber schön. So, wir haben hier unten, da haben wir einen Turbolift. Und wenn wir in die Mitte hier jetzt nur das Restaurant reinbauen, nur die Kantine reinbauen, dann denke ich, ist das ein bisschen Platzverschwendung, oder? Wir können auf der ganzen Etage noch sehr viel mehr mit diesem einen Turbolift bauen. Also heißt das für mich, Korridor dran. Und eine Etage tiefer. Was ist hier? Turbolift? Sag ich doch. Geht nicht. Ach, geht doch bestimmt. Moment. So. Warum geht's nicht? Kantine. Noch etwas raus. Oh, können wir auch die Galerie da bei der Kantine. Das ist aber ein Durcheinander hier. Ist ja nicht so schön gebaut, wie ich das gerne hätte. Aber egal. Hoffentlich haben wir genug Energie. Ich glaube schon. Ähm. Biotank brauchen wir nicht. K... Klonlabor? Nein, 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 nein. Keine... Perfekt. Ah. Was für'n Klotz. Klotz, 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 klotz. Aber egal. Die Kantine steht. Wenn das möglich wäre, dann würde ich... Dann möchte ich ganz gerne hier oben die Galerie noch hinbauen. Das wäre prima, wenn das funktionieren würde. Es sieht so danach aus, als würde es funktionieren, ja. Ah, die Galerie. Da fehlt. Kupfer. Kein Kupfer da. Dann gucken wir uns mal die Kantine an und gehen dann auch noch ins Klonlabor. Und bevor wir das machen, geben wir hier die Anweisungen, neue... Neue Geschütztürme zu bauen. Verteidigungsanlagen. Oh, so viel Schwefel. Ja dann. Processing. 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 Hoffentlich passen die auch alle rein. Access granted. Äh, du schaffst das hier schon, oder? Judin. 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 Access granted. Wie viele haben wir davon? Fünf. Fünf haben wir drin. Ja, dann. Hahaha. Ja, dann, dann, dann. Ähm, die Waffe. Brauchen wir die? Unterkünfte? Wir gucken uns erst... Erst gucken wir uns die Kantine an. Ganz genau. Die Kantine haben wir jetzt ganz oben. Nein, die haben wir nicht ganz oben. Hat das Ding Dong gemacht gerade? Die Kantine haben wir vielleicht hier. Ja. Ah, da ist sie. Ach. Ist es nicht schön. Die Kantine. Lassen wir die so in dieser Farbe? Hm. Wir haben ja eigentlich alles immer schön rosa gehalten. Da sieht man aber nicht viel von unserem... Ah, so ne gute Aussicht hat man jetzt auch nicht so besonders. Ach, wir könnten ja noch ein paar... Wie heißt... Die Materialien haben geöffnet. Wie heißen die Treibhäuser hier runter bauen? Dann sieht das vielleicht etwas schöner aus. Nein, 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 nein. Wir bleiben erst mal so. Die Galerie können wir nachher tatsächlich hier an die Kantine bauen. Oder obendran. Ich denke eher obendran. Ja, das mit der Farbe hier unten gefällt mir noch nicht so ganz. Und ich hätte ja gedacht... Das hier vielleicht irgendjemand... Das hier vielleicht irgendjemand... Das hier vielleicht irgendjemand... Eingestellt werden darf. Erzähl mal, was macht die Kantine. Die Kantine ist ein soziales Ort für Crewmitglieder, die nicht auf ein bestimmtes Job auf dem Board sind. Neue Materialien haben geöffnet. Neue Materialien haben geöffnet. Die Möbel. Die Wände. Der Boden. Und die Möbel hier. Gut, ich denke mal in der Kantine. Was hat man denn da für Karomuster? Schwarz? Nein, schwarz doch nicht in der Kantine. Weiß. Da sieht man den Schmutz, wenn was runterfällt. Da kommen keine Insekten drin. Können wir besser sauber halten, ne? Weiß haben wir aber doch schon für was anderes gehabt. Das muss erstmal alles hier eingefärbt werden. Kostet es, was es wollen. Schiffsfarbe! Neue Materialien haben geöffnet. Neue Materialien haben geöffnet. Den Boden orange. Nein, 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 nein. Was war denn das jetzt? Ach so, das sind T-Sachen. Orange. Die Wände. Nein. Ah, der Boden. Wir machen alles über den Boden hier mal. Die Wände haben gezogen. Ich glaube wir sind durch. Hoppla. Entschuldigung. Och, was ist jetzt? Neue Materialien haben geöffnet. O, ok. Bleibt so. Können wir sonst noch was an der Kantine schön machen? Ja, die Wände. Nein, nein. Aha. Uff, ja, ich glaube, wir lassen das so. Ja, man könnte es noch schöner machen, aber wir sind ja auch kurz vor dem Ziel schon, sage ich immer. Ach so, ja, als nächstes in der nächsten Folge, also geht es ins Klonlabor, hier haben wir Weiß genommen fürs Klonlabor, dann könnten wir, ja, die Unterkünfte sind orange und dann könnten wir oben, also die Krankenstation, da könnten wir ebenfalls noch Weiß machen. Gut, wie auch immer, liebe Welt, liebe Welt da draußen, in der nächsten Folge schauen wir uns an, was wir neues Klonen können. Dann gucken wir auch noch mal ins PDA. Diese Folge ist allerdings vorbei, ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.